Hallo zusammen, heute gibt es etwas, was es seit langer Zeit nicht mehr gab und zwar ein Rub-Rezept. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Momentan ist unbestritten Pilz-Saison. Meine ganze Timeline auf Facebook, meine ganzen WhatsApp-Nachrichten sind voll von Leuten, die in den Wald gehen und Pilze sammeln. Und den meisten geht es wahrscheinlich so wie mir. Ich bin Pilz-Legastheniker. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das alles für Pilze sind. Ich würde wahrscheinlich mal vom Fliegenpilz abgesehen, die guten von den schlechten nicht unterscheiden können. Aber umso besser, dass ich in meinem Freundeskreis jemanden habe, der das richtig kann und der war so frei und hat mir hier für diesen Dreh für heute eine komplette Ladung im Wald gesammelt. Also wir haben jetzt hier Maronen, wir haben eine Rotkappe und wir haben ein paar Steinpilze und wir wollen diese bunte Mischung heute zu einem Pilz-Rub verarbeiten. Zuallererst einmal müssen die Pilze gebürstet werden. In dem Fall habe ich hier so eine coole Bürste, die haben so weiche Borsten und mit denen kann man die Pilze abreiben. Und jetzt habe ich hier einen Steinpilz und jetzt können wir mit dieser Bürste den groben Dreck von den Pilzen herunterreiben. Diese Pilzbürste habe ich schon wirklich sehr, sehr lange und von allen anderen Varianten halte ich im Übrigen nichts. Also könnt ihr euch noch an Schmeckt nicht, gibt es nicht erinnern mit Tim Melzer. Der hat da mal gesagt, er geht immer hin und wäscht diese und nimmt Mehl mit ins Wasser, was so ein bisschen wie Sandpapier wirkt. Also ehrlich gesagt, nein. Ich bleibe beim Bürsten. Für mich sehen die Pilze kein Wasser. Und ich habe euch das jetzt mal schneller vorgedreht hier an der Stelle. Ich bürste jetzt ganz fleißig alle Pilze ab und es ist wirklich erstaunlich, was da am Ende von Dreck auf dem Tisch übrig bleibt. Von daher, das lohnt sich mal so richtig. Wenn ihr selber auch Ideen habt, wie ihr eure Pilze haltbar macht, dann schreibt mir das doch auf jeden Fall unten einmal in die Kommentare. Ich persönlich kenne jetzt ein paar Varianten, auch wenn ich selber nicht in den Wald sammeln gehe. So, im nächsten Schritt schneide ich dann unten einmal die Schnittkante ab und dann schneiden wir unsere Pilze in feine Scheiben. So, das ist ungefähr das, was ich mit Fein meine an der Stelle und danach werden diese getrocknet. Wichtig ist an der Stelle, dass man es nicht zu dünn macht, weil bei der Menge von Pilzen, die wir haben, würde ich sonst mit meinem Dörrautomaten mit der Menge überhaupt nicht hinkommen. Also, ich habe jetzt nicht gewogen, um wie viel Gramm es sich bei den Pilzen genau handelt, aber ihr habt ja gesehen, dass es sich um einen kompletten Korb gehandelt hat, den ich jetzt hier klein schneide und danach dann trockne. Also, ich muss schon sagen, dass sich die Herstellung von diesem Rub verhältnismäßig zeitintensiv darstellt, aber das Ergebnis am Ende ist wirklich richtig, richtig gut. So, jetzt schneide ich dann jeweils noch Ecken, die nicht so ganz so schön sind, weg und jetzt habe ich hier das erste Deck von meinem Dörrautomaten. Ihr kennt den Dörrautomaten bereits aus meinen Videos zu Beef Jerky und zu vielen anderen Videos, wo ich den schon mal benutzt habe. Und jetzt verteilen wir hier großzügig die Pilzscheiben auf diesen unterschiedlichen Lagen. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen vorgedreht an der Stelle. Ihr seht, die kompletten Lagen, ich glaube, das sind fünf oder sechs von diesen Teilen, die haue ich jetzt hier komplett voll. Dabei lässt es sich im Übrigen nicht vermeiden, dass die einen Teile vielleicht etwas dicker oder etwas dünner sind als die anderen. Das macht aber am Ende gar nichts. So, jetzt haben wir das Teil vorbereitet. Wir schalten das jetzt auf irgendwas zwischen 55 und 60 Grad und lassen das Gerät dann ein paar Stunden laufen. Wenn man das mal im Internet recherchiert, kommen wirklich witzige Sachen zustande. Von zwei Stunden mit 50 Grad bis 10 Stunden mit 60 Grad ist ungefähr alles an Tipps und Tricks dabei. Natürlich spielt es da eine Rolle, wie dick oder wie dünn wir die Teile schneiden. Das hier ist mal das Zwischenergebnis nach circa fünf Stunden. Ihr merkt, die dicken Teile, die sind noch gar nicht so toll. Die dünneren Teile fangen langsam an, auch deutlich trockener auszusehen. Und ich merke halt bei dem Dörrgerät immer wieder, dass es unten natürlich heißer ist als oben. Deshalb habe ich jetzt einmal die Reihenfolge getauscht und noch einmal um zwei, drei Grad nach oben gestellt. Ich habe im Vormittag angefangen und wir sind jetzt, so ich denke, acht bis zehn Stunden weiter. Und jetzt sieht man schon, dass die ersten Teile wirklich komplett trocken sind. Und ich fange jetzt an, das einmal durchzusortieren und die Teile, die ich halt ganz dünn geschnitten habe am Anfang, die sortiere ich dann schon mal raus. Die anderen laufen noch zwei, drei Stündchen weiter. Eine Hälfte davon habe ich in Stücken gelassen und in einem Einmachglas einfach weggeschlossen, schön trocken. Und die andere habe ich hier in meinem Thermomix für ein paar Sekunden klein gemahlen. Und ihr seht jetzt hier, wir haben eine schöne Mischung aus kleineren und größeren getrockneten Pilzstücken. Das Aroma ist übrigens jetzt schon richtig, richtig cool. Und jetzt mischen wir drei Esslöffel von diesem getrockneten Pilzpulver mit Paprika-Rosen-Schaf, Paprika-Edelsüß, Salz, Knoblauch und Pfeffer. Und fertig ist unser eigens erstellter Pilz-Rub. Die genauen Mengenangaben für dieses Mischungsverhältnis führe ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung auf. Könnt ihr gerne nachgucken. Das Einzige, was ihr jetzt nicht von mir sehen werdet, ist wie ich das löffelweise probiere. Ich verweise jetzt an der Stelle mal auf das Video am Samstag, denn da ist der Pilz-Rub dann mit einer richtig, richtig geilen Pilzpfanne vollends im Einsatz. Würde mich also freuen, wenn ihr Samstag wieder hier seid, um die Verwendung von dem Pilz-Rub beizuwohnen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.